Herzlich willkommen an der Hochschule für Musik Mainz und herzlich willkommen zu unserem digitalen Rundgang durch das Hochschulgebäude. Gerne hätten wir euch persönlich empfangen und herumgeführt, da das derzeit leider nicht möglich ist, möchten wir euch auf diesem Weg dennoch einen Einblick in unsere Hochschule gewähren. Wir starten hier vor dem Eingang der Hochschule. Hier hätten wir uns auch getroffen, wenn wir euch eine normale Hausführung hätten geben können. Natürlich können wir nicht alles genau zeigen, wir haben diesen Rundgang aber so gestaltet, dass ihr von allem einen wesentlichen Eindruck gewinnen könnt. Zunächst zeige ich euch beispielhaft die Unterrichts- und Übräume, danach schauen wir in einige Seminar- und Gruppenräume und dann in unsere Mehrzweck- und vor allem die Konzertsäle. Dann werfen wir noch einen Blick ins Tonstudio und in die Bibliothek und kommen schließlich zu ein paar Orten, die zwar im Studieleben Nebenrollen spielen, aber eben wichtige Nebenrollen. Jetzt aber genug zur Einführung, los geht's! Wenn man hereinkommt, steht man zunächst im Foyer am Fuß der Treppe. Und wenn wir nach oben schauen, sieht man das große zentrale Treppenhaus, das hier in den ersten und noch ans höher auch in den zweiten Stock und auch runter in den Keller führt. Vom Foyer gelangt man durch diese Außentüren hier auch nach draußen in den Innenhof. Aber, und das könnt ihr euch gleich merken, man kann hier nur raus, nicht rein. Wenn ihr das erste Mal zu uns kommt, denkt also daran, geht nicht über den Innenhof, sondern einmal um den Seitenflügel herum zum Eingang an der Seite. Von hier kommt man dann herein. Linke Hand befindet sich das Hausmeisterbüro. Da geht man vorbei. Hier auf der Seite, seht ihr, gibt es auch noch einen Aufzug. Den kann man benutzen, wenn man mal nicht die Treppe gehen will, schwer gepackt ist oder Instrumente dabei hat. Und hier sehen wir noch die zwei roten Türen, die führen in den roten Saal, unseren Konzertsaal. Hier kommen wir aber später nochmal hin und ich erkläre euch das noch genauer, zeige euch noch ein bisschen was. Und jetzt gehen wir aber erst einmal die Treppe hoch und beginnen mit den Unterrichtsräumen im ersten Stock. Hier sind wir im ersten Stock, in einem der Unterrichtsräume der Klavierabteilung. Von diesen Räumen ist jeder mit zwei Flügeln ausgestattet, wobei die Unterrichtsflügel, wie dieser zweite hier, immer abgeschlossen sind, wenn gerade kein Unterricht stattfindet. Zwei Klavierhocker, auch ein Notenständer, ein kleiner Tisch und jedenfalls ein paar Stühle. Das ist in etwa die Grundausstattung in jedem Raum hier. Gleich zwei Flügel, das gibt es allerdings nur in den Klavierräumen. So, jetzt stehen wir genau ein Stockwerk höher, in einem der Unterrichtsräume der Bläserabteilung. Ganz ähnlich wie unten, auch hier wieder ein Flügel, aber eben nur eine, damit hier ein wenig mehr Platz ist für die Instrumentalisten. Diese Vorhänge sind verschiebbar, dienen insbesondere der akustischen Schalldämmung in diesen Räumen. Diese Schränke stehen den Lehrenden zur Verfügung, die darin Sachen lagern können, Noten zum Beispiel oder so. Und wenn wir einmal rumschwenken, sehen wir wieder den Flügel. Ein weiterer Unterrichtsraum ist dieser hier. Wir sind jetzt im Keller unten bei den Üb- und Unterrichtsräumen der Jazzabteilung. Es fällt auch direkt auf. Hier steht zusätzlich noch ein Drumset und es gibt diverse Lautsprecher und Verstärker. Hier steht natürlich auch ein Flügel und wenn wir uns noch einmal die andere Richtung weiter drehen, sehen wir eine große Tafel, zusätzlich ein Whiteboard, ein kleines Mischpult und es gibt auch noch weitere Verstärker, Notenstände, alles was man eben braucht. Und zur Tür hier geht es wieder hinaus. Dann möchte ich euch exemplarisch auch einen der Übräume zeigen. Hier findet kein Unterricht statt, sondern diese deutlich kleineren Räume stehen den Studierenden zum Üben zur Verfügung. Die Grundausstattung ist natürlich ähnlich. Neben Notenständern, Tischen und Sitzgelegenheit gibt es immer ein Klavier und auch in jedem Raum einen großen Spiegel wie hier. Jetzt seht ihr kurz das Stativ und die Kamera, mit der wir die Aufnahmen gemacht haben. Die gehören aber natürlich nicht zum Inventar. Als nächstes gehen wir in die Seminar- und Gruppenräume und beginnen hier in der Abteilung Musiktheorie. Hier seht ihr schon den großen Gruppentisch. Durchschnittlich sind etwa fünf bis zehn Personen in einem solchen Kurs und die passen dann gut hier rein. Für den Theorieunterricht besonders wichtig ist natürlich die große Tafel und direkt nebendran stehen die Klaviere, um Theorie oder frisch angefertigte Kompositionen auch direkt hörbar machen zu können. Oder vielleicht will man sie auch vom PC abspielen. Dafür gibt es hier in den Schränken auch eine Audioanlage. Oben drauf seht ihr die Boxen stehen. Das geht natürlich auch. Dieser Raum gehört auch zur Abteilung Musiktheorie und ist unser Hörlabor. Man sieht schon bestens ausgerüstet mit jeder Menge Macs, Lautsprechern, Mischpulten. Das kann man auch von hier vorne sehen. Wir stehen gerade am Dozenten-Arbeitsplatz und blicken auf die Studiarbeitsplätze. Zwölf Studiarbeitsplätze gibt es insgesamt. Dort hinten steht auch ein Smartboard und wer die herkömmliche Arbeitsweise mit Kreide und Tafel präferiert, das gibt es natürlich auch. Und wenn man auch lieber mit Beamer unterrichten oder präsentieren möchte, das geht hier natürlich auch. Hier vorne gibt es eine Projektionsleinwand und man sieht auch direkt die Lautsprecheranlage dazu fest installiert. Jetzt sind wir einmal kurz in den Raum gesprungen und stehen direkt neben dem Klavier. Von hier aus kann ich euch nämlich einen der Arbeitsplätze noch einmal etwas genauer zeigen. Ihr seht, jeder Platz ist bestens ausgerüstet. Es gibt ein Mac, dazugehörige Lautsprecher, Kopfhörer, links ein kleines Mischpult. Unter der Schreibtischoberfläche seht ihr eine Schublade mit einem installierten E-Piano. Das kann man herausziehen und E-Piano und Mac sind natürlich miteinander auch verbunden, sodass man hier bestens arbeiten kann. Die neueste Software ist auf dem Mac ebenso installiert. Man kann hier nicht nur Computer unterstützen, Musiktheorieunterricht genießen, sondern ebenso auch Musikproduktion oder Videoschnittarbeiten machen. Ihr seht, hier kann man eine Menge Spaß haben. Das hier ist der Beethoven-Raum. Hat bis auf seinen Namen keinen direkten Bezug zu Beethoven, sondern ist einfach einer der weiteren größeren Seminarräume. Dieser Raum wird insbesondere von den Schulmusikern viel verwendet. Neben Tafel, Beamer und Soundanlage, die man vorne am Dozententisch einigermaßen erkennen kann, gibt es hier ziemlich viele Instrumente. Selbstverständlich ein Klavier, hier stehen einige Verstärker und an den Wänden hängen kleinere Sets von Ukulelen, Akustischen und E-Gitarren und hier steht auch ein Drumset. In diesem Schrank verbergen sich noch weitere Instrumente und hier hängen noch einmal zwei E-Bässe. Der Raum ist nur für Unterrichtszwecke zugänglich, aber gerade für werdende Schulmusikerinnen und Schulmusiker ist hier allerhand vorhanden. Jede unserer Abteilungen braucht etwas anderes und dieser Raum hier wurde speziell für den Bedarf unserer Orgelabteilung gebaut. Das ist der Orgelsaal. Vor uns sehen wir an der einen Seite des recht großen Saals die Gollorgel, für die dieser Raum ergens gebaut und akustisch ausgerichtet wurde. Der Orgelsaal ist einer der größten Räume im Haus und wird außer als Konzertsaal bei Bedarf auch anderweitig genutzt. Hier kann zum Beispiel das Publikum sitzen und genauso auf der anderen Seite. Die Aufstellung wirkt vielleicht etwas ungewohnt, ist aber Absicht, denn hier auf der anderen Seite des Raumes steht eine weitere Orgel. Das ist eine spanische Barockorgel, eine stilgetreue Kopie einer spanischen Orgel des sogenannten Goldenen Zeitalters Spaniens. Um sie etwas besser sehen zu gönnen, machen wir ein paar Schritte zurück. Da ist sie. Unsere Studierenden nennen sie auch gern liebevoll die Spanierin und ganz passend beschreiben sie sie auch. Als nicht besonders groß, sehr schön und laut. Hier links sieht man die dazugehörige Windanlage, die man als besonderes Schmankerl auch manuell betätigen kann. Vor allem aber ermöglicht dieses historisch detailgetreue nachgebaute Instrument das Studium der sogenannten historischen Aufführungspraxis. Weiter geht's. Wir sind mittlerweile im Block Mehrzwecksäle angekommen und stehen jetzt im Spiegelsaal. Unverkennbar hat er seinen Namen vom großen Spiegel, hier frontal zu sehen. Hier können zum Beispiel gut Tanz- und Bewegungsunterricht stattfinden, aber mit diesen Stellwänden lässt sich der viele Platz auch ganz anders einrichten. Und wieder finden wir hier einen Flügel, eine große Tafel, Notenständer und ein weiteres Klavier. Kleinere Konzerte, Instrumental- oder Kurs und einmal rum sehen wir wieder den Spiegel. Voila, das ist der Kammermusiksaal. Wir sind jetzt genau nebenan und im Grunde ist dieser Raum ganz ähnlich nutzbar wie der Spiegelsaal eben. Von Chorleutung bis Kammermusik, von kleineren Konzerten bis Prüfungen findet hier eigentlich alles Mögliche statt. Und weil hier noch einmal zwei Flügel stehen, kann man schon erahnen, auch ein präferierter Raum der Klavierabteilung. Aber nicht nur für diese, im Grunde trifft der Name hier den Nagel auf den Kopf. Der Kammermusiksaal eignet sich besonders gut für Kammermusik und ist auch akustisch darauf ausgelegt. Auch hier seht ihr hinten zwei flexible Stellwände, diesmal in rot. Die zwei schmaleren Holzwände sind eigentlich Spiegel. Jetzt sehen wir die allerdings nur von hinten und ansonsten ganz ähnlich wie drüben. Nochmal ein Cembalo, ein weiteres Klavier und dann sehen wir kurz den Eingang und dort stehen die Stühle, die auch für Publikum aufgestellt werden können. Im Bild wirkt es jetzt vielleicht etwas kleiner, aber hier zu unseren Füßen ist eine recht große Fläche. Bei Konzerten stehen hier dann überall die jetzt gestapelten Stühle. Einmal herum, wieder mal Notenständer und dann sehen wir wieder die beiden Flügel. Weiter geht's in den Jazzraum. Unschwer direkt zu erkennen, Drumset, Verstärker, Lautsprecher, Mikrofonständer. Wir sind wieder in der Jazzabteilung. Und wenn wir uns etwas nach rechts ausrichten, sehen wir ganz deutlich, die rechte Seite des Raumes kann auch als Bühne genutzt werden. Hier steht nicht nur ein sehr schöner Flügel und natürlich Notenständer, sondern hier rechts gibt es auch eine Hammond Orgel sowie weitere E-Pianos, dazu Verstärker und technisches Equipment. Schwenkt zurück zur Bühne. An der Decke übrigens seht ihr auch einige Strahler, man kann hier also auch Bühnenbeleuchtung einrichten. Schwenken wir weiter herum und schauen gerade in den Raum, sieht man nicht nur ein weiteres Klavier und den kleinen Technikturm mit Audio- und Medienanlage, sondern kann auch gut erkennen, dass der Raum eine Doppelfunktion hat. Rechts die Bühne, links die Tafel. In eine Richtung als Konzertsaal nutzbar, in die andere als Seminarraum. Hier stehen zwar gerade auch die Stühle und alles mögliche andere gestapelt, aber dahinter sieht man dennoch die höhenverstellbaren Tafeln rechts und links und dazwischen eine Projektionswand und Lautsprecher. Hier im Raum kann man also, wenn man will, auch die Stühle und möglicherweise Tische in Seminaraufstellungen aufbauen und dann beispielsweise hier Chess-Theorie unterrichten. Mit der Medienstation ist der Beamer an der Decke verbunden. Es ist also alles bereit für einerseits Seminare oder Unterricht oder andererseits Konzerte und Bühnen-Performance. Und dazwischen genug Raum für alle Mischformate oder Stichtplatz für begeistertes Publikum. Für begeistertes Publikum ist auch die Black Box ausgelegt, der kleinere der beiden Hauptkonzertsäle der Hochschule. Warum sie Black Box heißt, ist nicht schwer zu verstehen, denn ihr seht, sie ist rundherum ganz schwarz. Schauen wir einmal herum. Die Stühle hier neben dem Eingang sind jetzt gerade ebenfalls aufgeräumt, sie stehen aber eigentlich hier in den leicht gestaffelten Publikums rein. Statt lauschendem Publikum kann hier auch ein singender Chor sitzen, zum Beispiel in Hochschulkorproben. In der rechten Ecke des Raumes dort hinten gibt es eine weitere Tür, auch wenn es jetzt gerade ganz im Dunkeln liegt, die als Bühnenaufgang funktioniert. Direkt hinter der Tür befindet sich nämlich auch der Gang mit den Künstlergarderoben und bei kleineren Opernprojekten ist das dann sehr praktisch. Und noch ein kleines Stück weiter gedreht seht ihr das Technikpult. Dieser Raum verfügt nämlich sowohl über eine aufwändige Lichtanlage an der Decke, also auch über diverse Tontechnik und von diesem erhöhten Pult hier lässt sich das alles steuern. Wir springen kurz runter in die Mitte des Raumes und stehen jetzt frontal vor dem Technikerpult und jetzt machen wir noch das Licht aus. Und nun sehen wir die Bühne einmal in etwas anderem Licht. So etwa könnte eine Konzertbeleuchtung vielleicht aussehen. Ihr habt wahrscheinlich eben die Fenster gesehen, die jetzt die Black Box nicht ganz black erscheinen lassen, weil von rechts noch Lichter reinscheinen. Die Fenster lassen sich selbstverständlich aber komplett abdunkeln. Und nun ist alles bereit, zum Beispiel für ein Liederabend. Der letzte und größte Konzertsaal, den ich euch zeigen kann, ist unser roter Saal. Wir stehen gerade mitten im Raum zwischen den Publikumsstühlen und sehen die beiden Eingangstüren von innen. Es gibt einen vorderen und einen hinteren ein- bzw. Ausgang und ihr habt es schon bei der Wandfarbe, dieser Raum ist komplett in rot gehalten und heißt deshalb auch roter Saal. Vielleicht war jemand von euch sogar schon einmal hier zu einem Konzert oder so, dann ist dies die euch vertraute Ansicht, der Blick auf die Konzertbühne. Neben zwei normalen steht hier auch noch ein großer Konzertflügel und wenn man zur Decke hochschaut, sieht man auch hier diverse Licht- und Tontechnik, Bühnenstrahler, Mikrofone, Lautsprecher und so weiter. Hier finden die großen Opernproduktionen der Hochschulstadt und genauso auch alle anderen großen Veranstaltungen, außerdem Prüfungen, Klassenabende, Orchesterproben, Tonaufnahmen und so weiter. Auch diese Fenster hier lassen sich komplett verdunkeln und wenn man nach hinten in den Raum schaut, seht ihr das kleine Fenster dort, dahinter befindet sich die Tonregie. Licht, Ton, Aufnahmeleitung und sonstige Technik kann von dort gesteuert werden. Der Saal ist für bis zu 200 Personen ausgelegt, die Akustik auf den Konzertbetrieb ausgerichtet. Da ihr hier zukünftig nicht nur als Publikum, sondern manches Mal auch als Künstlerinnen und Künstler anwesend sein werdet, gehen wir einmal rauf auf die Bühne. So sieht der Blick in den Raum nämlich von hier oben aus. Hier über das Seitentreppchen seid ihr vermutlich hochgekommen, schwenkt einmal nach hinten, vielleicht auch von hier. Den rechts hinten seht ihr die Tür zum Bühnenaufgang und hier sitzt euer Publikum. Und? Schon ein ganz kleines bisschen aufgeregt? Das war's mit den Konzertsälen und den Haupträumen. Wie versprochen noch ein kleiner Blick ins Tonstudio. Hier finden vor allem Tonaufnahmen statt oder auch praktische Übungen der Tontechnik-Seminare. Derzeit wird hier unsere Livestreaming-Reihe produziert und ihr seht die Sofas der Interview-Ecke hier rechts im Bild. Hinten auf der anderen Seite stehen die Kameras und diverse Technik, Mischpulte, sehr viele Kabel am Boden, sieht man gut. Und hinter dem Fenster dort befindet sich das Tonmeisterbüro mit weiterer Studiotechnik. Wir gehen jetzt hier links die Tür wieder hinaus und genau ein Stockwerk höher und stehen in der Bibliothek. Unschwer zu erkennen an regalerweise Büchern. Hier gibt es auch eine kleine Arbeitsplätze. Eigentlich leere Tische, aber hier arbeitet gerade jemand. Und jede Menge Literatur. Musikpädagogik, Musiktheorie, Zeitschriften, Biografien und so weiter. Auch umfangreiche Noten und CD-Bestände lagern hier, die man auf Anfrage bekommen kann. Hier rechts im Bild seht ihr die Ausleihe. Und hier gibt es an der Wand entlang noch diverse Handapparate, Gesamtausgaben und so weiter. Dort am Ende des Gangs befinden sich auch noch vier Medienarbeitsplätze mit Computern, Internetzugang und diversen Abspielgeräten. CD-Player, auch Plattenspieler und so weiter. Von denen haben wir jetzt leider kein Bild, aber wenn es soweit ist, könnt ihr euch das ja auch persönlich anschauen. Die Abteilungsbibliothek der Musikhochschule hier vor Ort ist in das Netz der Universitätsbibliothek integriert. Was man hier also nicht findet, das gibt es dann oft im Musikwissenschaftlichen Institut oder in der Zentralbibliothek. Und nun zuletzt noch zu den eingangs angekündigten Nebenschauplätzen. Hier stehen wir im Verwaltungsgang, wo sich unter anderem Rektorat, Geschäftsleitung und Veranstaltungsbüro befinden. Für euch aber vor allem wichtig hier vorne das Studienbüro. Genau genommen sind es zwei Büros. Je nach Studiengang werdet ihr eher im linken oder im rechten Büro die Zuständigen finden. Aus dieser Richtung kommt man aus dem Treppenhaus hierher und kurz wollte ich euch noch das Zimmerchen hier zeigen. Hier ist einer der zwei Kopierräume, wo man neben Kopieren auch ausdrucken und scannen kann. Früher oder später wichtig zu wissen. Vorher ist aber vor allem wichtig für alle Studienbüroangelegenheiten, kommt ihr hierher. Solltet ihr es bei Zeiten gar nicht finden, kleiner Tipp, Ausschau halten nach dem einzigen Flur mit Teppichboten. Hier muss man jetzt nicht viel erklären. Wir stehen im Keller bei den Spinden. Es gibt große und kleine. Bei Fragen zur Vergabe und Organisation wendet euch am besten an die Fachschaft. Dort hinten geht es übrigens zu den Unterrichtsräumen der Schlagwerker und der Jazz-Abteilung, wo wir anfangs schon waren. Und einmal rum sehen wir wieder die Treppe, die hoch ins Foyer führt. Und wenn man mal eine Pause hat oder sich einfach eine halbe Stunde mal irgendwo hinsetzen und entspannen will, dann gibt es hier den Aufenthaltsraum für die Studierenden. Hier gibt es nicht nur ein, sondern mehrere Sofas und hier in der Mitte des Raumes das Herzstück, der Tischkicker für ein bisschen Abwechslung im Überalltag. Die Wände sind gepflastert mit ganz vielen Anzeigen, Suchen und Finden von Instrumentalschülern, gebrauchten Instrumenten und so weiter. Und hier ist ein bisschen Unordnung. Wahrscheinlich war gerade jemand im Pausenraum und war etwas Kamerascheu. So unaufgeräumt ist es hier natürlich sonst nie. So, das war's. Wir sind im Innenhof angekommen und hier endet unsere digitale Führung. Dann darf ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden und hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck von den Räumlichkeiten der Hochschule gewinnen. Hoffentlich könnt ihr sie euch bald auch einmal in echt ansehen und euch ihr eigenes Bild machen und auch die restlichen Räume noch anschauen, wo wir jetzt nicht waren. Ein ganz wichtiger Hinweis noch, derzeit ist das Gebäude geschlossen und nur in Ausnahmefällen zu betreten. Bitte informiert euch unbedingt zum Beispiel auf unserer Webseite, wie die aktuelle Lage jeweils ist. Beachtet auch die geänderten Sprechzeiten des Studienbüros und die Möglichkeiten bzw. Notwendigkeiten, euch per Telefon oder E-Mail mit den Zuständigen in Verbindung zu setzen. Gerne verweise ich auch für weitere Informationen auf unserer Webseite. Ihr findet uns unter www.musik.uni-mainz.de. Dann euch allen noch viel Spaß und informative digitale Tage der offenen Tür und hoffentlich bis bald. Und wenn ihr das erste Mal herkommt, nicht vergessen, der Eingang ist nicht im Innenhof, sondern auf der Parkplatzseite. Den ersten Anfängerfehler könnt ihr euch dann schon mal sparen. Macht's gut und Tschüss!